willkommen zu einer neuen episode von the crew heute bin ich wieder nicht alleine aber mit cinnamon endlich mal ist cinnamon mit am start der hat sich denke ich mal weniger als einem halben tag so weit vorgekämpft wie ich gerade weit bin und ja leider ist die fahrzeugstufe nicht so optimal aber hat genug sage jetzt mal fahrzeuglevel und ordentlich randale zu machen aber du kannst mich auch hallo sagen ja hallo meinerseits ja ich will ich halt nicht unterbrechen ihr kennt ihn ja aus grittner sind beide gute fahrer sollte das ziemlich viel von machen mein bruder recker irgendwie die schnauze voll weil ständig leckt und so ist irgendwas der abstürzer hat kann sein dass er dazukommt wäre natürlich ziemlich cool zu dritt fahren ich würde sagen wir fahren erst mal zunächst ein bisschen um und mal gut geht was so abgeht und was sagst du bis hier hin zum spiel ja wenn man die ganzen nächsten diskonettes weg rechnet und dieses komische verhalten ganz ganz gut muss man echt sagen grafik sehr schön gut gelungen ja so was das technische angeht da hätten sie echt noch viel mehr machen können aber was was mich vor allem grund ist womit die halb übelst reklame gemacht haben ist dieses ständige online seiten das ständige multiplayer ja was man ständig immer jemand hat damit man zocken oder mit dem man zocken kann also hatte ich eher nicht so das gefühl wenn du irgendwie so ein crew vorschlag gemacht hast wenn ja die leute random gefragt die diese mission schon haben und ja da sagt und sagen die meisten ja das ist aber auch wenn du mission was nicht irgendwelche will fremden leute ja auch einladen das hat das hat mich genervt jeder jede mission wurde ich angefragt ich meine das ist ja auch irgendwie sind der ganzen geschichte dass man immer so in der crew ist aber mit den leuten die man nicht kennt macht das nicht so viel spaß und ich sag mal wenn man irgendwie so eine anfrage an anfrage gekriegt hat dann hat man die schon vor weiß nicht eine woche schon gemacht die quest ja und dann fährt man gegen leute die eine fahrzeugstufe von 200 haben natürlich total geil hier im schnee zu driften macht laune auf jeden fall ich hab grad diesen weltrekord gebrochen für diese speed challenge weltrekord ja da stand bei mir nummer ein nummer eins keine ahnung die habe ich überboten also weltrekord ist wahrscheinlich ein cheater ich bin teilweise so krass gefahren hat nichts gebracht ich glaube hier sollte man irgendwie aufs gelände wechseln aber jolo das driften macht bergauf mega fun weil du kannst den wagen auch noch voll kontrollieren ja irgendwie schon ne irgendwie vor allem kannst du den drift richtig schön lang ziehen das kannst du ja noch nicht mehr im gelände ja das war hollywood wirklich der abflug so was ist das genau gelände genau genau so besser spaß muss sein aber da bin ich mal gespannt da bin ich mal so richtig geschluckt dann bin ich ja mal richtig gespannt ich glaube ich muss noch meine klarre reparieren die heilt sich nicht mehr von selbst ja für die leute die irgendwie nicht mehr wissen wo wir grad so sind äh code burn ja das arschloch will uns töten ja mehr gibt es irgendwie nicht zu sagen uns fehlt noch ein crewmitglied ich habe gedacht das kämen die weder gerettet haben oh ja klar sorry dass der cam irgendwie zu uns stößt in die crew weil wir den ja gerettet haben aber irgendwie kam es nicht dazu aber ich glaube das ist irgendwie kein rennen das ist irgendwie ja wir sind hier die anführer und wir müssen die irgendwie ja ans ziel bringen so als gang ja ja lol ich habe ihn halten können auch wenn es schwierig ist 20 checkpoints wenn du den einmal nicht mehr hast ne ja gib das tempo vor ja mei doch nein nein ja nicht schlecht aber ich habe ihn noch gekriegt ich habe ihn noch gekriegt ich habe ihn noch gekriegt oh ja wir fühlen sich doch an es geht da an man oh Lawine uuuuuh schick finde ich nicht nice gemacht ja vor allem soundtechnisch äh ballert dir das voll die ohren weg vor allem wenn Hubschrauber kommen oder sowas ne alter das überhörst du aber überhaupt nie ich bin immer noch kein freund geboren können zum wagen also rally ähm gelände fand ich immer kacke aber das lag wahrscheinlich daran weil diese ganzen arschlöchchen pvp immer einen weggerannt haben nein man kann nicht abkürzen nein scheiße also pvp wird definitiv ähm ja in sehr sehr vielen folgen vorkommen fast immer wenn wir das spiel durch haben von der story ähm aber zwischendurch wird es definitiv einige folgen geben weil man dort einfach die meiste kohle machen kann und ähm ja wir brauchen noch irgendwann mal die besten autos und diese 100.000 crew credits beziehungsweise 110.000 die wir hatten ja das sind auch nicht die sind insgesamt auch nicht mehr so viel wert weil ich habe äh gar keinen ich glaube ich habe nur 4.000 4.500 crew credits äh dollars oder bucks habe ich glaube ich auch nur 70.000 oder sowas alles ausgegeben na wo bleibt ihr denn hui ich bin einfach kein freund von diesem geländer ich hasse es mein skyline finde ich total hässlich ey ja ja verbindungsfehler ja das kann nicht wahr sein ich habe auch bloß noch 5.000 crew credits aber die eine mission dann durch den ganzen highway das war richtig geil alter mega geil wenn wir ihn damit in verbindung bringen hat Zoe alles was sie braucht gute arbeit so dann sind wir wieder zurück ähm ja vielleicht habt ihr erstmal mitbekommen verbindungsprobleme ich habe die quest eben gerade nochmal gemacht zu den mann ist denke ich mal schon werde ich mit dem spiel ich habe es durchgespielt ja bist du schon da oder ja klar gut kannst von mir aus starten ich tue schon hier ein bisschen rund rüften macht richtig Pfannen im schnee guck mal da habe ich sogar richtig geraten mit knapp 75.000 bucks so crew co-op annehmen und abfahrt ach mit performance auto da runter jagen geil das wird lustig wir verfolgen Coburns Verkauf der beschlagnahmten Ware sie musste sich in einen Server einklinken und aktivierte wohl den Alarm ich schicke dir die Koordinaten wir haben 7,2 Sekunden bis Coburns Jungs eintreffen ich schlage vor du bewegst das Ding so schnell wie möglich 7,2 Sekunden exakt ausgerechnet mach du Kache nicht platte Alex oh das wird spaßig alter nice wer wird verfolgt oder sowas eigentlich habe ich das jetzt erwartet kommt wahrscheinlich noch ob wir drehen darauf die Räder durch irgendwie cool oh mein Gott oh mein Gott pass auf ja deine Karre darf nicht kaputt gehen da kam gerade ein Auto von rechts das war aber irgendwie ein Bär sieht sich ja fast ähnlich mach dir mehr spaß als ich mit dem Grit Autosport hier ich habe aber nicht gedacht dass wir tatsächlich mit normalen Straßenfahrzeugen hier rumfahren die ganzen Krater sieht man gar nicht das bedeckte Schnee auf dem Auto ja 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 vorsicht ich habe keine Traktionsablieg auf die Straße das ist der Wahnsinn probierst du mit Nitro ja Arschloch Mann ich habe ich nämlich mitgenommen so ein Allradler wäre ja nicht schlecht nein wuuuuh ja er hat hier das stärkste Auto automatisch genommen Also theoretisch hätte er auch den Skyline nehmen können. Aber von den Punkten reicht, wenn du nur einen Punkt weniger hast. Oh, fuck! Ey! Oh mein Gott! Bus, geh weg! Hier ist der Bus! Wenn man wenigstens selber schalten könnte, in diesem Moment, könnte man schön im hohen Gang losfahren, weißt du? Ja. Ah, Sonneblendet! Sonneblendet! Mann, er jault einfach dauerhaft im dritten Gang. Ja, wir haben gerade mal fast die Hälfte, ne, doch über die Hälfte jetzt gerade mal erst. Noch zwei Minuten? What? Hast du ihn gerannt? Ja, minimal gestreffen habe ich ihn. Oh, mir wird Gott sei Dank, dass es hier kein Driften gibt, ey. Das einzige Driften, was ich richtig geil fand, war eigentlich von Underground. Das hatte was, ja. Das war zwar total unrealistisch, aber... Es hat Spaß gemacht. Ich glaube, das wird ein bisschen eng. Oder täuscht du es? Nein, du bist täuscht. Also, müsste wir locker schaffen. Oh, nice. Alter, sieht das mega geil aus hier. Nicht schlecht. Komm, gib alles. Das letzte Stück mit Nito noch durchdriften. Ui. Oh, Mann, Alter. Dann ramme ich den Pixel noch an. Oh, was für eine Tortur, ey. Boah. Oh, auf einmal urplötzlich ist das Auto wieder sauber. Ja. Aus dem nix. Du warst nur Silber, ist er sicherlich. Lieferung, keine Rücksetzung. Keine Ahnung, vielleicht ein bisschen schneller fahren. Ja, liegt wahrscheinlich wirklich am Auto. Wenn du mit einem Allradler fährst oder sowas. Performance Fokus zum Beispiel. Ja. Da hast du richtige Vorteile, ne? Danke. Das war knapp. Was Neues? Ich muss die Dateien im HQ auswerten. Du erfährst als erster, wenn ich etwas zu Kobern finde. Du fährst erstmal hier. Fett. Kommh. Lass mal runterspringen. Juhu. Warte mal. Juhu. Juhu. Ja, geil. Ich nehm einfach mal jetzt. Ich leb noch. Ich leb noch. Juhu. Alter. Ist das mega. Alter, was für einen krassen Grip hast mit dem Druck. alter schwede was hätten wir sowas da hätten locker platin geschafft ja gut aber hätten wir das vorher gewusst ja selber ist auch nicht schlecht das ist eigentlich scheiße aber egal gut was machen wir als nächstes auch du scheiße wo ist der Punkt ich finde ihn nicht ähm dann ist er ich kann die Blitzreise machen haha jetzt echt? ja ich bin da ja dann mach mal starte mal YOLO ok wir müssen irgendwas ausschalten oh Sprungschanze da runterfetzen macht bestimmt auch Spaß was machen wir? meinst du nett? da kann man bestimmt hochfahren JÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ah, ich stehe quer. Ja. Okay, einfach nur Platt machen. Die Dinger fahren sich auch ziemlich fett. Aber der Nisha ist einfach nur kacke. Aber ich war hier hoffentlich richtig. Ist das schon voll weit weg, dank dir. Hier! Lol. Armee nochmal! Treffer! Oh fuck ey! Nein! Wo ist er? Armee nochmal! Ja, wo ist denn der? Ohhhh! Der müsste schon längst sterben ey! Immerhin bin ich jetzt ein bissel rangekommen an euch! Da kam der Berg nicht hoch ey! Oh nice, alter! Nice! Wie das aussieht! Nein! Oh, das wäre so ein geiler Hit gewesen! So gut wie am Ende! Yippie! Äh! Schön! Was ja auch ein Teil dazu beitragen! Äh! Noch ein Level! Gold ey! Respektlosigkeit ist das! Silber! Was soll ich denn sagen? Boah, zweimal resettet. Boah, Junge. Aber das war's jetzt erstmal für diese Folge. Wir ziehen uns nochmal rein, was unter Umständen noch gesagt wird. Erstmal ausquetschen. Wenn du einfach töten, kann jeder. Sauber ausgeschaltet, Alex. Die örtliche Polizei nimmt Ihnen gewahrsam. Freuen wir uns nicht zu früh. Coburn schickt so lange Männer, bis er mich hat. Wie schlägst du dich? Abgesehen von den Morddrohungen? Gut. Was geht's? Noch eine Spur zu Coburns Aktivitäten. Fahr zur Position auf der Karte. Okay, wir müssen zu einer Position auf der Karte hin. Aber wie gesagt, das war's für diese Folge. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Und wir werden uns wahrscheinlich direkt am Sporn treffen. Denk ich mal. Wo ist denn das? Ach du Scheiße, da ganz oben links. Wir werden wahrscheinlich hinfahren müssen. Ja. Ich weiß nicht, ob du da... Ja. Werden wir da hinfahren? Wie viele Kilometer? 17. Lohnt sich das da hinzufahren? In der Aufnahme? Nö, ne? Keiner. Ne, wir sehen uns dann da. Irgendwie zur Hälfte oder so. Ja, bis dann.